Und hier das Lippenschützen. Und das ist ein ganz klares Zeichen. Dass jetzt mehrmals diese nonverbalen Signale kamen, zeigt mir, hier offenbart uns die Körpersprache mehr, als er ausspricht. Deswegen meines Erachtens liegt hier ein Widerspruch vor. Im neuesten Statement von Jens Spahn erklärt er, dass die AstraZeneca-Impfungen weitergeführt werden. Ihr habt euch bei mir auf Instagram gewünscht, dass ich ihn doch mal analysieren soll, was wir in diesem Video machen werden. Wie immer geht es nicht um die politischen Entscheidungen und Inhalte, sondern nur um die kommunikative Ebene, die Psychologie, die Rhetorik und die Körpersprache. Schauen wir direkt rein. Sehr geehrte Damen und Herren, die Entscheidung der Ebene... Hier waren zwei relativ kleine, aber nicht sonderlich starke Sachen mit drin. Und zwar ist es so, Aristoteles sagt, der Anfang ist die Hälfte des Ganzen. Also gerade am Anfang einer Rede, eines Statements kommt sehr viel Bedeutung uns zu, wenn wir dann etwas sagen. Deswegen lieber mal zwei, drei ruhige Atemzüge machen, als wie er hier, einen kleinen Versprecher gleich am Anfang an zu haben. Und dann auch zusätzlich noch dieses Entscheidung, so einen ganz kleinen Hänger. Nur minimale, kleine Signale, die ihn aber unsicherer wirken lassen. Was in der aktuellen Situation absolut verständlich ist, aber trotzdem nicht sonderlich souverän wirkt. Gerade wenn es um eine Entscheidung geht, wo er auch Kompetenz und Vertrauen vermitteln will. Hier war der erste Versprecher. Hier so ein kleiner Hänger. EMA bestätigt die Sicherheit und die Qualität des Impfstoffs von AstraZeneca. Hier finde ich den ersten Satz viel zu abstrakt. Also anstatt irgendwelche Nomen zu verwenden, die Entscheidung des Ausschusses von dem und dem belegt die Qualität und Sicherheit davon. Das ist zu komplex für den Anfang. Also ich hätte am Anfang einfach gesagt, dank des Ausschusses wissen wir jetzt, der AstraZeneca-Impfstoff ist sicher. Einfach das so zu formulieren, dass es leichter verständlich ist und sowas wird dann auch eher als Headline, als Überschrift in den Zeitungen verwendet. Das ist eine gute Nachricht. Das finde ich wiederum gut, dass er das positiv benennt und generell auch am Anfang was Positives mit reinbringt und dabei auch noch so ein leichtes Lächeln hat. Zeigt auch auf nonverbaler Ebene, dass er sich auch über diese Entscheidung gefreut hat. Die Entscheidung bestätigt aber auch die Einschätzung des Paul-Ehrlich-Instituts zu seltenen, aber schwerwiegenden Ereignissen. Hier spricht er wieder sehr abstrakt, schwerwiegenden Ereignissen. In dem Fall finde ich es allerdings rhetorisch sehr schlau, weil es ist genauso wie anstatt zu sagen, hier wurden im Krieg so viele Leute ermordet oder sind gestorben, sagt man, sie sind gefallen. Also Euphemismen, um es etwas abzuschwächen, diese negative Wirkung, auch in dem Fall zu sagen, so und so Ereignissen. Das macht es nicht nochmal irgendwie negativer, als es sowieso schon ist. Welcher Grundlage, die eben mal zu dieser Entscheidung kam, wird Ihnen gleich Herr Professor Zichotek vom Paul-Ehrlich-Institut darlegen. Das finde ich gut gemacht, ja. Die eigentliche Fachkompetenz, also die genaue Erklärung, warum jetzt diese Entscheidung so getroffen ist, wird delegiert an jemand anderen. Das bringt sowas rein, das nennen wir externe Referenz. Also nochmal eine andere zusätzliche Quelle, also quasi ein Logos-Argument. Und zusätzlich hier auch nochmal den Titel zu nennen, ah, Herr Professor von diesem Institut, zeigt auch nochmal die Kredibilität, die Glaubwürdigkeit dieser Quelle. Dass uns, dass auch mir persönlich, diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Hier finde ich es gut, dass er auf die persönliche Ebene durchaus geht, weil gerade wenn er nochmal etwas zitiert von damals, kann ja auch nachgewiesen werden. Und gerade bei so einer schweren Entscheidung auch, da auf die persönliche Ebene zu gehen, finde ich durchaus passend, weil sonst redet er, was auch richtig ist, mehr vom Wir, von den Ausschüssen, mehr von den generellen Entscheidungen und so weiter. Aber hier zu sagen, es ist mir auch nicht leicht gefallen, finde ich durchaus gut, weil es ihn nochmal als Person mit reinbringt. Was ich allerdings etwas fragwürdig finde, warum verwendet er hier eine Negation? Also er könnte ja auch einfach sagen, es war für mich eine schwere Entscheidung, aber warum nicht leicht? Das ist auf rhetorischer Ebene nicht sonderlich hilfreich. Jetzt kann man sagen, er ist ja gar kein großer Unterschied. Tatsächlich ist es aber ein Wirkunterschied und wenn dich sowas interessiert, welche psychologischen Feinheiten, welche kommunikativen Dinge deine Wirkung auch verändern können, dann abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, um weitere Videos wie dieses, Analysen zum Beispiel, auch konkrete Tipps, Videos mitzubekommen. Also abonniere gerne und aktiviere die Glocke, um bei kommenden Videos mit dabei zu sein. Denn auch nicht impfen hat schwerwiegende Konsequenzen. Und das jetzt in der Verbindung, das ist persönlich in der Verbindung mit einem klaren Statement, auch nicht impfen hat schwerewiegende Konsequenzen. Dass es gut ist, nochmal so klar zu formulieren, das hätte ich mir auch am Anfang seiner Rede gewünscht, gerade weil er es auch sowieso alles abliest und deswegen sehr gut vorformulieren und genaue Wortverwendung nutzen kann. Umso mehr ist mir eines wichtig. Der Ablauf der Dinge in dieser Woche zeigt, die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, transparent informiert zu werden. Sie können darauf vertrauen, dass sorgfältig geprüft wird. Ereignisse auch sehr seltene. Superschön. Hier spielt er sehr stark auf die Werte ab. Also die Bürger können vertrauen. Also sie können vertrauen. Das ist auf doppelter Ebene sehr hilfreich, weil er zum einen den Wert des Vertrauens anspricht, was jetzt gerade ein extrem wichtiger ist. Und zweitens ist es auch eine doppeldeutig formulierte Botschaft. Er sagt, die Bürger können uns vertrauen. Sie können uns vertrauen. Also sowohl sie, also die Bürger, Mehrzahl, als auch sie, der jetzt hier gerade mir zuhört. Also er hat hier sogar eine direkte Ansprache, wie so ein kleiner direkte Suggestion in gewisser Weise auch. Und hier zu sagen, sie können vertrauen, dass transparent auch informiert wird und sorgfältig abgewegt wird, das sind genau die Dinge, wo eben jetzt Misstrauen oder Unsicherheit entsteht. Das sprachlich so zu formulieren, finde ich sehr gut. Allerdings, als alter Rhetorik-Lehrer hätte ich natürlich gerne das Trikolon gehabt. Er sagt, sie können vertrauen, sie können vertrauen. Und dann hätte ich es ein drittes Mal auch noch gerne gehabt, einfach zur rhetorischen Verbesserung noch. Es gab mehrere Optionen, auch in der europäischen Diskussion, auch in der Diskussion mit den Bundesländern. Also einmal relativ lustig, ja, ich gehe hier nochmal kurz zurück. Schaut mal darauf, wenn er über die Bundesländer redet, da kommt so ein leichtes Lächeln, das er nicht verbergen kann. Diskussion, auch in der Diskussion mit den Bundesländern. Also hier ist wohl irgendwas in der Diskussion mit den Bundesländern gewesen. Ich kann nochmal drauf spulen, wo er etwas amüsiert drüber ist. Es könnte darum gehen, dass es eine schwere Verhandlung war oder er das irgendwie als nicht so leicht gesehen hat. Das ist jetzt natürlich Spekulation. Allerdings scheint da mehr zu sein als Einheitszustimmung. So, mit den Bundesländern. Ich habe mich sehr, sehr klar dafür ausgesprochen in den Diskussionen. Okay, hier, was ich sehr gut finde, jetzt wieder ein ganz klares Statement und ein ich-bezogenes Statement, was natürlich auch seine Glaubwürdigkeit etwas erhöht. Ja, also bei den negativen Dingen sehr abstrakt zu sprechen und man hat diese Entscheidung getroffen und hier habe ich mich besonders eingesetzt, stärkt nochmal seine in der aktuellen Zeit sowieso super schwere Situation. Und dann hat er hier auch das von der Stimme auch sehr gut untermalt und gesagt, und ich habe und so weiter, also hat da gar keine große Pause gemacht, sondern ist gleich mit der Energie reingegangen, finde ich in dem Fall sehr gut umgesetzt. Darüber sind wir uns einig bei Bund und Ländern. Okay, das war jetzt schon ein ziemlich klares Signal. Darüber sind wir uns sicher bei Bund und Ländern. Und dann macht er dieses Lippenschürzen. Das ist wirklich wie aus dem Bilderbuch. Das kann dafür stehen, dass, ja, durchaus da ein Widerspruch ist. Also, dass es tatsächlich nicht so war, dass da dieser generelle Zuspruch war. Es kann auch sein, dass da eine gewisse Wut da ist oder so, die halt zurückgehalten, unterdrückt wird. Ist aber eher ein, ja, negatives Zeichen, wo etwas zurückgehalten wird. Schaut es euch nochmal ganz genau an. Jetzt kommt es gleich nach dem Ländern. ... Deutschland begonnen werden kann. Darüber sind wir uns einig bei Bund und Ländern. Also, besser hätte man es wirklich nicht verwildlichen können. Schauen wir uns es uns doch mal genauer an. Hier redet er noch einmal. Und dann Ländern. Und hier das Lippenschürzen. Und das ist ein ganz klares Zeichen. Dass jetzt mehrmals diese nonverbalen Signale kamen, zeigt mir, hier offenbart uns die Körpersprache mehr, als er ausspricht. Deswegen, meines Erachtens, liegt hier ein Widerspruch vor. Ein solches Vorgehen ausgesprochen. Das ist ein wichtiges gemeinsames Zeichen. Ich finde gut, dass er hier sagt, es ist ein wichtiges gemeinsames Zeichen. Also ein simpler Satz, so wie ich ihn mir am Anfang gewünscht hätte. Eine gute Betonung, ein wichtiges gemeinsames Zeichen. Damit hebt er nochmal beide Sachen gut hervor. Und auch ganz generell nochmal den letzten Satz stark zu betonen, ist gut. Allerdings hätte er noch ein bisschen stärkeres Ende verwenden können. Also er hätte sagen können, und das ist ein wichtiges gemeinsames Zeichen. Und ich freue mich sehr, also nun verkünden zu dürfen, AstraZeneca wird wieder geimpft. Das hätte einfach nochmal mehr die eigentliche Aussage nochmal hervorgebracht. Aber insgesamt hat er es trotz der großen Drucksituation durchaus gut gemacht. Wie gesagt, in dieser Bund-Länder-Thematik, da ist meines Erachtens irgendwie noch mehr. Das haben wir durch die mikromimischen Signale zumindest als sehr starke Hinweise, sage ich mal, bekommen. Und wenn ihr jetzt eure Meinung in die Kommentare schreibt, dann denkt dran, es geht wie gesagt nur um die kommunikative Ebene. Wenn dich solche Analysen interessieren, dann abonniere gerne den Kanal und schreib mir gerne auf Instagram. Und abonniere da gerne auch, um dort noch mehr Content zu bekommen und auch deine Analyse-Vorschläge einzubringen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.